Ich bin Angelina, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung als Anlagenmechanikerin bei der Stadtentwässerung Pforzheim. Die Stadtentwässerung Pforzheim ist dafür zuständig, das Abwasser zu reinigen und es sauber wieder in die End zu entlassen. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil ich es sehr interessant finde, wenn die Teile, die ich angefertigt habe, montiert werden und weil ich handwerklich Spaß daran habe. Wir werden ausgebildet in Maschinentechnik, Rohrleitungsbau, Wartung, Instandhaltung und Metallverarbeitung. Das Spannende an meinem Beruf ist, dass ich viel draußen arbeite an den Anlagen und das abwechslungsreich ist. Meine Ausbildung geht dreieinhalb Jahre und die Schule ist in Stuttgart, die Robert-Meyer-Schule. Das war unsere Kläranlage. Wenn dich der Beruf angesprochen hat, dann bewirb dich doch auf unserer Website.